na das kann sich aber doch sehen lassen hier jetzt haben wir sogar schon sonnenaufgang ich habe viel getestet in der nacht jetzt schon hier den zweiten spot auch schon ausgiebig probiert und hier sieht es doch ganz gut aus nach dicken fetten saftigen brassen da sind sie doch die ollen brassen und zwar mit satten gewichten kann sich echt gut sehen lassen zwei kilo bereich fast ja zweieinhalb kilo bereich brassen sehr gut so soll das sein die dicken dinger die wollen wir haben ich habe gerade schon einen anderen spot getestet da ging gar nix und jetzt nur die wollen wir nicht direkt wieder rein schmeißen und jetzt gerade hier unten an der alten festung den nächsten spot getestet jawohl und ab geht direkt noch mal ein bisschen mehr mische rein ja da sind sie die brassen die wollen wir haben die müssen wir haben denn dann lübtet auch wieder mit dem kohle machen hier im game immer schön futter mische hinterher schmeißen die brassen fressen wie wild ach ist das gut wenn ihr in dem level bereich seid denkt dran die ersten kescher die ihr euch macht und herstellen oder raus zieht hier auch wenn ihr ein bisschen futter mische zusammenbaut futter mische auf jeden fall immer verwenden skill nicht vergessen das gehen der futter mische das skill der köder bereitung nicht vergessen dass ihr so weit kommt dass ihr hier erfolgreich brassen kloppen könnt das heißt ihr müsst ihr die die basics starten buddeln 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 mistwürmer dass man das alles herstellen kann brotmasse damit fängt man ja an dann am windenbach kartoffeln herstellen ich habe auch videos schon dazu gemacht perlengraube und so weiter machen und dann kommt man langsam hier bis hin zu dem knoblauch quarkteich später das ist dann ab level 16 auch erst möglich aber hier so die basics bis dahin sollte man das schon schaffen erbsenbrei kommt dann auch irgendwann auch das ein ganz klassischer brassenköder ich habe gerade genau vor dem erbsenbrei hier ist er genau und das gleiche natürlich auch mit der angelfutter zubereitung ich glaube so ganz weit war das nicht maismehl hanf öl was das wir gucken mal eben rein in und dann ist das ja unter den standards schon drin brasse anis öl muss man haben und perlengraube als basis und natürlich nicht vergessen wenn ihr das hier herstellen wollt auch wenn ihr da schon rein gilt auf jeden fall da auch skill punkte rein investieren jawohl komm ran hier du brocken das nächste dingen ja gerade lübtet hier schön sehr gut gerade lübtet hier ganz gut an der stelle ich werde das in der nächsten nacht wahrscheinlich auch noch mal testen weil geht nicht schlecht hier unten sind wir ich mache mir die map auf und es bin mir schon wieder los hier unten ganz klassisch brassen immer wieder an den verschiedenen löchern testen ich hatte dazu einen kompletten brassen guide auch schon gemacht auch der hier auf dem kanal beziehungsweise auch im discord in dem video sequenz in dem video bereich damit verlinkt link zum discord unter dem video und ja dann natürlich hier die verschiedenen stellen testen die klassischen köder testen jetzt hier in dem fall klappt es halt ganz gut mit dem knoblauch knoblauchteig und ja ich bin hier auf ungefähr 15 meter geklippt und ich lande hier an einer guten stelle set wie immer zusammengebaut relativ groß allerdings auch gleichzeitig relativ fein das heißt das ist so ein zwischending zwar schon einen dicken fetten 1er haken verwendet weil wir ja auch die dicken brocken haben wollen aber eben auch eine sehr dünne schnur verwendet das ist jetzt hier fluorocarbon komplett schnur man kann natürlich eine ganz normale mono schnur verwenden die ist hier relativ teuer also eine normale mono schnur und dann wenn man vorfach kann schon mit vorfach wenn man ganz frisch ist man kann vielleicht noch gar nicht mal ein vorfach verwenden dann auch mono ohne vorfach aber später dann vielleicht ein vorfach verwenden was vielleicht so im bereich ist ja sagen wir so von 67 kilo reicht komplett wenn ihr natürlich mit dem feeder starter set unterwegs seid dann seid ihr da schon gewichtsmäßiger begrenzt das feeder set liegt ja so um die fünf kilo herum das reicht natürlich auch dann seid ihr bei solchen fischen natürlich noch ein bisschen mehr im drill aber es macht ja auch ein bisschen bock so ein fisch so ein bisschen müde zu drillen und dann rauszukloppen ja xp mäßig ist das ganze ja wirklich nicht so schlecht kann man machen und natürlich auch kohle mäßig deswegen lohnt es sich plus skillen das heißt nicht nur dass man hier die ganze zeit schön fische raus zieht sondern man zieht eben auch die skill punkte hoch und macht eben die kohle und eben ja das ist halt das das wichtige man hat eben eine hohe frequenz das ist halt das a und o ne so jetzt gucke ich gleich mal das ganze läuft in der regel so bis ich würde sagen ungefähr bis 10 uhr danach lässt es langsam nach mit der brasse also es ist durchaus nennen nacht aktiver fisch was kann man dann machen nutzt andere köder heißt also gleiches setup andere köder ich würde dann sagen vielleicht einfach mal als erstes würde ich jetzt gleich den mistwurm testen das heißt mistwurm auch hier vielleicht ein bisschen ufer näher mal reinschmeißen gucken was funktioniert was geht da tagsüber einfach so eine kleine pause machen vielleicht sogar dann auch hier in diesem bereich hinten hier gehen gerne auch die schleien ran ihr könnt natürlich auch gerne den käse verwenden wobei das ist eben dann tricky da vielleicht ein bisschen aufpassen wenn ihr selbst noch hier in diesem low level bereich seid gerade erst mit level 12 hierher könnt dann macht es nicht so viel sinn hier mit käse und kartoffeln zu agieren dann vielleicht mit einem kleinen mistwurm eher weil die gefahr dann doch schon recht groß ist dass ja auch mal einen karpfen reingeht oder einen amour und dann werdet ihr mit eurem kleinen set wahrscheinlich ziemlich leer gezogen wenn ihr doch mal bock habt auf die großen brocken dann vielleicht mal hier unten in dem bereich testen hier 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 da können die fische nicht so leicht raus und euch leer ziehen dann könnt ihr die hier müde drillen macht aber euer set up relativ schnell kaputt macht nicht so wirklich viel sinn ja im großen und ganzen wie gesagt die paar minuten die ich jetzt hier bin zwölf minuten an dem spot kann sich sehen lassen zwölf minuten elf fische einen habe ich ja reingeschmissen den winzigen und ein zweiter kleiner ist jetzt gerade mit im kescher aber wenn die brasse halt so aussieht dann ist das schon gut und im idealfall ist sie halt zwei kilo plus schwer ja wie gesagt das erreicht man mit mindestens vierer haken vierer bis einser haken ich gehe mittlerweile eigentlich von dem einser haken gar nicht mehr weg man kann auch durchaus mal den eins nuller haken testen ist allerdings dann auch wirklich schon übertrieben und man reduziert dadurch natürlich auch die chance oder die so ein bisschen die frequenz wenn man erhöht die chance auf ganz dicke aber man hat natürlich dann auch durchaus nur nur boah boah ha 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 alter was ein kaffensmann 3,6 kilo geiles teil alter so muss das sein bäm schön so raus damit mehr davon ja genau ui und noch einer hier alter sogar noch in die bremse oder wat da hat aber einer bock da hat aber einen bock ei 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 ja die dicken dinger die wollen wir die bringen dann natürlich richtig die kohlen äh 3,7 kilo hehehe nüppt die olle brasse hier ich glaube ich bin noch nicht mal auf 15 metern ne ich würde gerade ja ich schmeiße nur halb aus ähm ich kann ja gleich mal eine route auf auf 15 meter geklippt machen ich glaube das sind so zwischen 12 und 15 meter jetzt gerade 12 und 15 meter 20 gramm beschwert der futterkorb und rein damit ja wie gesagt also die die zeit ich hocke mich abends immer hin das heißt wenn es langsam dunkel wird keine ahnung so 20 uhr ran an den spot dann hat man abends eine zeit die gut funktioniert und ähm nachts kann es auch mal zwischendurch ein bisschen bisschen mau werden aber dann ballert es gerade in den morgenstunden in der regel nochmal richtig gut rein ja und jetzt gerade die morgenstunden kann sich sehen lassen oder da geht schon direkt der nächste rein ah erstmal frühstückskaffee allen dann lübt die brasse auch ah so muss das guck mal der zieht hier sogar ab nach rechts rüber ja hier geblieben allen so muss das ha rote auge auch noch die am spot naja um kaffee aufträge zu absolvieren nehmen wir die natürlich auch gerne mit aber ihr seht so langsam so langsam wird es dann aber auch ein bisschen weniger auch von den größen her ja und das ist halt so dann irgendwann der punkt wo man sagt okay es ist morgens es wird langsam hell reicht so langsam dann kann man auch die futtermische irgendwann runter nehmen dann kann man hier jetzt vielleicht mal auf einen ja sagen wir mal auf einen vierer haken gehen mist wurm ich lasse das set jetzt hier so zusammengebaut das ist das inline das lasse ich jetzt so wie es ist wenn ihr dann irgendwann schon geskillt seid ich hatte auch zum grund routen und grundangeln skill punkte verteilen hatte ich auch noch ein video gemacht schaut da am besten mal rein wo ihr am besten die skill punkte verteilt am sinnvollsten jetzt werfe ich mal hier gleich gerade hier diesen mist wurm einfach nur ein bisschen knapp aus wenn ihr noch keine teige herstellen könnt weil ihr einfach keine teige geskillt habt dann nutzt die brassen mische oder eine futtermische die ihr schon herstellen könnt ihr könnt auch ganz wilde kombination an futtermische verwenden brasse ist da recht ja anspruchslos kann man sagen irgendwelche süßlichen komponenten verwenden also irgendwie das ist am anfang müssen wir gleich mal reingucken irgendwelche basis komponenten ruhig verwenden und dann den ollen mist wurm einfach nehmen und den mist wurm einfach mit der mische genau an die gleiche stelle reinballern also mist wurm und brasse war in der zeit wo ich in dem level bereich war war das the shit mist wurm und danach war ganz lange zeit auch erbsenbrei the shit fängt auch gerade immer mal wieder an dass erbsenbrei wieder ganz gut abgeht aber das sind so auch ganz ganz klassische köder wie gesagt schaut euch am besten das video zum das tutorial quasi zum brassen angeln nochmal an und gerade beim grund angeln skill punkte verteilen auch da auf jeden fall nochmal in das video reinschauen ansonsten wenn ihr fragen habt wie gesagt der link zum discord ist unten drin da gibt es eine ganze rubrik hilfe und tipps guck mal hier mist wurm es zuppelt direkt hier uferna auch los und was eben uferna beim mist wurm angeln hier passieren kann kann vielleicht sogar in den abendstunden schon es könnte hier auch mal einen aal reinballern auf dem mist wurm also auch das durchaus einfach mal testen und probieren und so bei giebel und karauschen nimmt man den tag über doch auch gerne mit wie gesagt gerne dann hier alles mitnehmen weil wir ja auch die kaffee aufträge absolvieren wollen so ich mache jetzt hier weiter ich habe bock auf ein bisschen frequenz und das sieht auch gerade ganz gut aus petri ullümmels wenn das ganze geholfen hat gerne den kanal abonnieren für weitere tipps und tricks und dann sehen wir uns in einem der nächsten videos oder im live stream auf twitch montags mittwochs und freitags ab 19 uhr bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.